Wir reagieren heute auf Weiß Skeptic, welcher seinerseits Sarah Wagenknecht kritisiert. Beziehungsweise warum er sie kritisiert, das werden wir im Verlauf des Videos noch sehen. Er hat nämlich zwei Videos über Wagenknecht gemacht und über ihre neue Parteigründung und die schauen wir uns jetzt an. Sarah Wagenknecht tritt aus der Linkspartei aus und bringt mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht eine neue Partei für 2024 auf den Weg. Ihr werden seit Jahren eine gewisse Nähe beziehungsweise inhaltliche Schnittmengen zur AfD nachgesagt. Das weiß die WMN von sich. Aber die Kritik reißt nicht ab. Von der AfD werden mir witzigerweise Schnittmengen zu den Walken nachgesagt. Auch lustig. Also was ist da wirklich dran? Spoiler, eine ganze Menge. Du bist skeptisch? Dann bleib dran. Okay, jetzt bin ich sehr skeptisch. Hier kommt Sarah Wagenknecht, Inhalte analysiert. Also eines vielleicht vorweg, ich stehe diesem Kanal überhaupt nicht negativ gegenüber. In der Vergangenheit hat er häufiger die Walkisten kritisiert, die ich ja auch kritisch sehe. Und vielmehr ist mir von dem eigentlich nicht im Gedächtnis geblieben. Nein, noch das Format The Boys of Reason, wo sie sich auch eher kritisch zum Walkismus geäußert haben. Aber vielmehr ist mir da jetzt nicht so im Gedächtnis geblieben. Vorab, ein Video reicht ganz sicher nicht, um dem Phänomen Wagenknecht gerecht zu werden. Deswegen folgt mindestens ein zweites Video zu ihrer speziellen Rhetorik. Denn ich behaupte, dass diese noch wichtiger ist, als die politischen Inhalte, um die es heute gehen soll. Ich bin kein Politikwissenschaftler und meine Expertise wird bei der rhetorischen Analyse wahrscheinlich stärker zum Tragen kommen. Ein inhaltlicher Überblick ihrer Politik ist aber notwendig, um Wagenknechts Denkweise zu verstehen. Erst dann können wir uns mit ihren rhetorischen Kniffen und Mustern beschäftigen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann solltet ihr jetzt den Kanal abonnieren. Erstens, was ist das Thema? Lange gab es Gerüchte und Spekulationen und endlich ließ man die Katze aus dem Sack. Mit der Gründung des Bündnis Sarah Wagenknecht wurde der Weg bereitet für eine neue Partei. Gemeinsam mit weiteren Linkspolitikern wird Wagenknecht 2024 offiziell eine Partei gründen und auch bei der anstehenden Europawahl antreten. Zweitens, warum ist das relevant? Grundsätzlich befasse ich mich hier auf dem Kanal eher nur am Rande konkret mit Politik. Allerdings hat diese Ankündigung in Deutschland sehr hohe Wellen geschlagen. Und das hat aus meiner Sicht viel weniger mit den politischen Aspekten zu tun, sondern mit Sarah Wagenknecht selbst und ihrer manipulativen Art zu kommunizieren. Aber bei Skeptik zu engsterniger... Ui, da geht er ja schon gleich rein. Also, ja, alles muss man immer argumentieren. ...Politikneuling mit dem irritierend schönen Pornobalken. Weißt du denn nicht, dass alle Politiker manipulieren? Höre ich die Fragen. Natürlich weiß ich das, Cap Norbius. Deswegen ist dieses Video auch nicht nur als Angriff gegen Sarah Wagenknecht zu verstehen. Vielmehr lernen wir gemeinsam, worauf wir nicht nur bei ihr, sondern auch bei anderen Arschle... ...bei anderen Politikern oder Menschen ganz generell künftig achten sollten. Danach sind wir alle hoffentlich ein bisschen schlauer und in der Zukunft weniger leicht zu manipulieren. Es ist klar, dass die Positionen einer Partei und einer politischen Person auf Dauer nicht 100% deckungsgleich sein können. Wir tun jetzt aber mal so, als wären die Partei, die aus dem Bündnis Sarah Wagenknecht hervorgehen wird... ...und die Person Sarah Wagenknecht eine identische Identität sind. Das ist aus zwei Gründen meiner Meinung nach auch gar nicht so weit hergeholt. Erstens, Wagenknecht ist offensichtlich das Zugpferd und Gesicht dieser Partei. Da auch dieser vorübergehende Name. Zweitens scheint mir so, als würde die gesellschaftliche Spaltung zu amerikanischen Verhältnissen führen. Das heißt, ich prognostiziere, dass Wähler in der Zukunft eher nach Personen wählen werden als nach Parteien oder Parteiprogrammen. Zumindest scheint das ein Einsatz von Wagenknecht zu sein. Naja, Parteiprogramme sind sowieso zu nichts zu gebrauchen. Die Parteien halten sich nach der Wahl eh nicht daran. Daran könnte das vielleicht auch liegen. Am Anfang der Bundesrepublik, da umfassten die Parteiprogramme häufig nur eine DIN A4-Seite. Mittlerweile muss man sich da 100 Seiten durchlesen, die dann nach der Wahl sowieso komplett egal sind. Viertens, Wagenknechts Position. Damit wir ihre Aussagen und auch ihre Rhetorik verstehen können, kommen wir um einige inhaltliche Punkte nicht drum herum. Diese werde ich nun hier grob zusammenfassen, um einen realistischen Bezugsrahmen zu geben. Wer sich also in den Kommentaren dann darüber aufregt, dass etwas zu stark vereinfacht wurde, verschwendet seine Zeit. In diesem Video geht es also nicht um Vollständigkeit und auch nicht um das Fact-Checking ihrer Behauptung, sondern es geht um das grobe Nachzeichnen ihres politischen Weltbildes. Denn Rhetorik und Inhalte kann man nicht vollständig unabhängig voneinander betrachten. Wie viel Strategie und wie viel Ideologie hinter Wagenknechts Plänen steckt, ist Spekulation. Für die Analyse müssen wir aber so tun, als würde sie alles so sehen, wie sie es sagt. Wenn du übrigens nicht mehr Rätsel raten willst, worum es bei bestimmten Themen geht, dann solltest du dir Blinkes zulegen. Ich freue mich mega, meine Partnerschaft mit Blinkes zu verlängern. Weil ich jung bin und das Geld brauche, aber auch nur das Geld. A. Ideologie Wagenknecht hat offensichtlich starke kommunistische Wurzeln. Ihre Magisterarbeit schrieb sie etwa über die Hegel-Interpretation des jungen Karl Marx. In den Anfangsjahren ihrer politischen Karriere fand sie immer wieder positive Worte über den Kommunismus bei Stalin oder in der DDR und war offiziell Teil der kommunistischen Plattform KPF. Über die Jahre hat sich diese glasklare Linkspositionierung aber verschoben. Was ein Grund für die Kritik war, die Wagenknecht auch immer mal wieder aus den eigenen Reihen zu spüren bekam. Vor ihrem Ausstieg bei der Linkspartei lief sogar ein Ausschlussverfahren gegen sie. Im Kern sieht Wagenknecht die linksliberale Entwicklung der Partei kritisch. In ihrem Buch Die Selbstgerechten schreibt sie etwa Links, das stand einmal für das Streben nach mehr Gerechtigkeit und sozialer Sicherheit. Für sie geht die Entwicklung der Linken in Richtung Lifestyle-Inke, die sich mehr für das großstädtische Akademikermilieu einsetzt als für die arbeitende Unterschicht. Entsprechend sieht sie die Grünen als linksliberal und als gefährlich an. Konsequenterweise bezeichnet sie die Ampelregierung als die wahrscheinlich schlechteste Regierung, die Deutschland jemals hatte. Und ausgerechnet in dieser Zeit hat die Bundesrepublik die wohl schlechteste Regierung ihrer Geschichte. Auf so einen Einfall muss man erstmal kommen. Wir haben wirklich die dümmste Regierung in Europa, wenn man sich das anguckt. B. Positionierung im Parteienspektrum. Entsprechend... Also ja, er hat es richtig wiedergegeben. Wir haben die dümmste... Also da hat sie ja auch komplett recht, da kann ich jetzt nicht viel gegen sagen. Ähm... Ja, die Kritik wird wahrscheinlich nachher kommen. Also er wird wahrscheinlich ihre Position hier rezipieren. Wird das halt ein bisschen kürzeres Reaktionsvideo. Also ich rede jetzt nicht jedes Mal dazwischen, wenn ich irgendwas genauso sehe. Also dann lasse ich ihn, glaube ich, einfach laufen. ...deutlich konservativer aus als jeder Linkspartei. Das hat zur Folge, dass hier immer häufiger Populismus und eine inhaltliche Nähe zur AfD vorgeworfen werden. Wir werden in diesem und dem nächsten Video sehen, ob das zutrifft. Aber Wagenknecht macht sicherlich kein Hehl daraus, dass sie AfD-Wähler ansprechen will. Eine Regierung, die planlos, kurzsichtig und in Teilen schlicht inkompetent auftritt und handelt. Und das verunsichert natürlich viele Menschen. Viele wissen nicht mehr, was sie wählen sollen oder wählen aus Wut und Verzweiflung rechts. Das heißt, Wagenknecht möchte eine seriöse Alternative zur AfD bieten und nicht die AfD sein. Auch für den Parteibeobachter Thorsten Faas ist das Bündnis Sarah Wagenknecht trotzdem ein klar linkes Projekt. Warum kommt Wagenknecht gerade bei AfD-Wählern gut an? Steht sie politisch eher rechts als links? Ja, da wäre ich ein bisschen vorsichtig, weil es ist natürlich ein klar linkes Projekt. Und wenn man auch immer gesagt hat, sie steht selbst innerhalb der Linkspartei für ein linkes Profil, dann merkt man da auch schon, das ist sicherlich keine Politikerin, die eine rechte Position vertritt. Nun haben wir einen Überblick, woher Wagenknecht kommt und wo sie sich im Parteienspektrum positionieren möchte. Aber was heißt das konkret für die Position? C. Konkrete Position. Identitätspolitik. Im Gegensatz zu linksextremen und linksliberalen Kreisen sieht Wagenknecht Identitätspolitik kritisch. Für Wagenknecht verkennt diese abgehobene Strömung... Tatsächlich sehen auch manche Linksextreme oder Linksradikale diese Identitätspolitik kritisch. Also das ist... Ja, die ist im Mainstream eigentlich viel akzeptierter als innerhalb der Linken. Die Realität und Probleme normaler Menschen. Für sie ist die soziale Herkunft entscheidend, denn ein heterosexueller weißer Cis-Mann von der Baustelle sei einem Akademikerkind mit Migrationshintergrund gegenüber nicht privilegiert. Zudem hält sie es für rassistisch, Herkunft und Hautfarbe als Persönlichkeitsmerkmal ins Zentrum zu rücken. Ähnlichkeit zur AfD? Oh ja. Hier aber ein Hinweis. Ich bewerte weder hier noch an anderen Stellen in diesem Video, die überschneiden... Okay, die AfD lehnt den Wokismus ab. Wagenknecht lehnt den Wokismus ab. Das ist... Ja, eine Ähnlichkeit. ...Leitungspunkte mit der AfD. Ich zeige sie nur auf. Wer meinen Kanal schaut, weiß zum Beispiel, dass ich Identitätspolitik ebenfalls sehr kritisch sehe. D. Konkrete Position. Außenpolitik. Wagenknecht tendiert stark zu einem nationalistischen Kurs. Sie ist anti-amerikanisch gegen die NATO und fordert eine Sicherheitsarchitektur mit Russland und nicht ohne. Sie hält zum Beispiel auch den Energielieferanten... Was soll denn dieses Label anti-amerikanisch hier schon wieder? Wir Europäer haben andere Interessen als die USA. Darauf hinzuweisen, ist doch nicht anti-amerikanisch. Also darauf hinzuweisen, dass wir Europäer andere Interessen als China haben, ist doch wohl auch nicht anti-chinesisch. Also, ja. An dieser Stelle manipuliert euch, weiß Skeptik übrigens, mit der Formulierung anti-amerikanisch. Darauf wollte ich nur mal hinweisen. Das ist ganz übles Framing. Ein Spaß beiseite, das Video ist relativ neutral gehalten bis jetzt. Wir brauchen russische Rohstoffe und leider auf absehbare Zeit auch noch russische Energie. Und deshalb Schluss mit den fatalen Wirtschaftssanktionen. Verhandeln wir in Russland mit Russland über eine Wiederaufnahme der Gaslieferung. Wir sind nicht unabhängig. Im Ukraine-Konflikt ist sie gegen jegliche Waffenlieferung. Und sie hält die Ukraine als für zu korrupt, als dass wir sie verteidigen sollten. Ähnlichkeiten zur AfD? Oh ja. Nein, nicht selbst zu korrupt, als dass wir sie verteidigen sollten, sondern sie ist einfach für ein Friedensabkommen. Sie ist für ein Kompromissfrieden. Also sie ist nicht dagegen, dass die Ukraine sich verteidigt. Also dagegen, dass wir da jetzt eigene Soldaten hinschicken, da ist sie definitiv dagegen. Und gegen, dass wir weitere Waffen liefern und so der ukrainischen Regierung den Fehlanreiz geben, weiterzukämpfen. Also die Ukraine sollte einfach einen Kompromissfrieden schließen. Das ist Wagenknechts Position. E. Konkrete Positionen. Innenpolitik. Wagenknecht spricht sich ganz klar für die Begrenzung der Zuwanderung auf. Gemäß des Slogans Danke Merkel kritisiert sie die Zuwanderungspolitik der Vergangenheit massiv und ist der Meinung, unkontrollierte Zuwanderung müsse auf jeden Fall gestoppt werden. Dafür wurde sie von Teilen der Linken stark kritisiert. In ihrem Buch Die Selbstgerechten schreibt sie, Was von vielen Linksliberalen als Multikulturalität schön geredet wird, ist in Wahrheit das Scheitern von Integration. Ähnlichkeit zur AfD? Oh ja. F. Konkrete Positionen. Wirtschaftspolitik. Hey, sie kritisiert die Migrationspolitik. Sie kritisiert die gescheiterte Integration von viel Zuwanderern. Ähnlichkeit zur AfD? Oh ja. Also wenn das jetzt immer das Schema ist, dann habe ich ja gar nicht viel zu zu sagen. Fazit, die linke AfD. Und Wirtschaftspolitik, da gibt es ja große Unterschiede. Wagenknecht sieht in der Globalisierung die Entfesselung des Kapitalismus. Sie ist gegen den Neoliberalismus, also gegen die Befreiung der Märkte à la Fetcher und Reagan. Für sie sind Eingriffe des Staates in die Wirtschaft in manchen Fällen in Ordnung. Zum einen zugunsten sozialer Gerechtigkeit und zum anderen vor dem Hintergrund, Niemand lehnt Eingriffe des Staates grundsätzlich ab. Nicht mal die FDP oder die AfD. Also niemand lehnt das ab. Es wäre komplett irre, das abzulehnen. Also es muss in diesem System immer Staatseingriffe geben. Von Konzernen und Monopolisten. Im Bündnismanifest spricht sie von übermächtigen Finanzkonzernen wie BlackRock und übergriffigen Digitalmonopolisten wie Amazon, Alphabet, Facebook, Microsoft und Apple, die allen anderen Marktteilnehmern ihren Tribut auferlegen, Wettbewerb untergraben und die Demokratie zerstören. Das Feindbild des internationalen Konzerns, der unsere Wirtschaft steuert und unsere Industrie durch Lohnabhängen abhängen, mündet in einer nationalistischen Ausprägung. Was für linke Politik sehr ungewöhnlich ist. Das konkret? Nein, das ist tatsächlich nicht. Also nachdem viele, also das ist, Linksnationalismus ist eine, ja, weit verbreitete Haltung. Das ist nichts Ungewöhnliches für linke Politik. Ich kriege mal ein Beispiel. Nachdem die vier Kolonien, also nachdem das britische und das französische Kolonialrecht zerbrochen sind, sind überall linksnationalistische Regierungen hochgekommen. Schukano in Indonesien, Lunumba im Kongo beispielsweise. Also ihr kennt die Namen. Also das ist völlig normal. Also Linksnationalismus ist etwas völlig normales. Hatten wir so in Deutschland in der Vergangenheit hier nicht. Aber ist für linke Politik nichts Ungewöhnliches. Das Stichwort Blackrock ist besonders interessant. Denn um den Finanzkonzern ranken sich seit Jahren Verschwörungstheorien, deren Validität ich hier nicht bewerte. Dass genau dieses Narrativ, auch von der AfD genutzt, Ja, eine Verschwörungstheorie beispielsweise, dass Blackrock mehrere Billionen Euro an die Gelder an seine Anleger verwaltet und damit enormen Einfluss auf die Entscheidungsfindung bei Unternehmen hat. Also solche Verschwörungstheorien wahrscheinlich. Das ist aber schon auffallend. Im Zuge ihrer wirtschaftspolitischen Ansätze spricht sie von wirtschaftlicher Vernunft. Vernunft, das ist das erste Standbein des Parteiklern. Verschwörungstheorien. Also wir sind hier ja gerade dabei zu analysieren, wie er uns manipuliert. Nein, wie gesagt, groß manipulieren tut er uns hier nicht. Aber wir hatten bisher ein Wort, anti-amerikanisch. Und jetzt haben wir zweites Verschwörungstheorien. Warum dieses Wort absolut nichts zu gebrauchen ist, wieso das eigentlich fast nur zur Diffamierung von Kritikern eingesetzt wird, das habe ich in einem Gespräch mit Imp schon mal erklärt. Das könnt ihr auch auf meinem Erstkanal finden. Das heißt, was ist das Problem an Verschwörungstheorien? Für Vernunft und Gerechtigkeit. Wie wir in der rhetorischen Analyse sehen werden, spielt ihr eigenes Framing als die Stimme der Vernunft eine große Rolle. Mangels Parteiprogramm lässt sich aber jetzt noch nicht ableiten, was sie konkret unter vernünftiger Wirtschaft versteht. Bisher kennen wir nur solche Hinweise. Wir streben eine innovative Wirtschaft mit fairem Wettbewerb, gut bezahlten, sicheren Arbeitsplätzen, einem hohen Anteil industrieller Wertschöpfung, einem gerechten Steuersystem und einem starken Mittelstand an. G. Konkrete Positionen. Sozialpolitik. Dass ich Wirtschaft und Soziales hier deutlich trenne, hat den Grund, dass Wagenknecht hier ihren Wurzeln treu bleibt. Das zweite Substantiv im Parteislogan lautet Gerechtigkeit und zahlt ganz klar auf den sozialen Fokus ihrer politischen Überzeugung und Positionierung ein. Wagenknecht fordert mehr soziale Absicherung, also für Rente, Arbeitslosigkeit und Krankenversicherung. Selbstverständlich ist jeder Partei, auch der AfD, der kleine Mann, wichtig. Eine Leistungsgesellschaft mit echter Chancengleichheit und einem hohen Grad an sozialer Sicherheit, wie es im Bündnispapier steht, ist für Wagenknecht aber deutlich glaubwürdiger eine Herzensangelegenheit als von Seiten der AfD. Das zeigt sich auch... Vor allem, weil bei der AfD die Mitglieder von der Hayek-Gesellschaft ganz oben mitspielen. Alice Weide hat letztens, also auch Mitglied von der Hayek-Gesellschaft, genauso wie Beatrix von Storch, hat letztens Margaret Thatcher als ihr großes Idol bezeichnet, also als ihr Role Model. Also das ist, ja, das sind die Leute, die in der AfD aktuell in der Macht sind. Das sind wirklich Neoliberale. Anders kann man das nicht sagen. In den Steuerplänen, wo Wagenknecht seit jeher Vermögen und Erbe besteuern will, um arme Menschen zu entlasten, während die AfD Steuern streichen will. F. Konkrete Positionen. Also Wagenknecht will auch Steuern streichen, und zwar für den Mittelstand. Also für den Mittelstand sollen die Steuern gesenkt werden, aber für Vermögen, die hunderte Millionen oder Milliarden Euro groß sind, dafür sollen die Steuern deutlich erhöht werden. Das ist das Programm. Aber der Mittelstand soll entlastet werden. Also auch Wagenknecht will Steuersenkung. Klimapolitik. Damit kommen wir zu einem Thema, in dem Wagenknecht fairerweise völlig anderer Meinung ist als die AfD. Wir sind beim Klimawandel. Wagenknecht erkennt im Bündespapier den Klimawandel an und schreibt, Wie gesagt, glaubt keinem Parteiprogramm, weil es Wort Elz gerade im Chat schreibt. Selbst bei der AfD, die ja noch keine politische Verantwortung hatte, wenn die sich selber als Friedenspartei labelt und dann verschiedenen Bundeswehreinsätzen zustimmt, wenn sie sagt, ja, wir sind für einen hohen Mindestlohn, steht ein Parteiprogramm. Im Parteiprogramm steht zum Mindestlohn tatsächlich was Vernünftiges von der AfD. Aber wenn dann später, wenn es um Mindestlohn von 14 Euro geht, den Wagenknecht übrigens befürwortet, dann sträubt sich die AfD mit Zähnen und Klauen dagegen. Also glaubt nicht, was im Parteiprogramm steht. Selbst bei Parteien, die keine politische Verantwortung hatten wie die AfD. Schaut euch an, wie sie sich im Bundestag verhalten, welche Reden sie im Bundestag ganz konkret zu konkreten Sachfragen halten und dann seht ihr eher, was diese Parteien machen. Und schaut euch an, welche Lobby-Netzwerke in diesen Parteien sitzen. Wie gesagt, eine AfD ist von Neoliberalen durchsetzt, immer noch. Obwohl Lucke und Meuthen weg sind. Die Veränderung des Weltklimas und die Zerstörung unserer natürlichen Lebensgrundlage sind erste Herausforderungen. Sie ist aber der Meinung, dass ein komplettes Umschwenken auf erneuerbare Energien nicht funktionieren würde und sieht den wichtigsten Beitrag Deutschlands zur Klimakrise in innovativen Schlüsseltechnologien. Fünftens, das Bündnis Sarah Wagenknecht gleich die linke AfD. Hier sind wir dann endlich bei dem Hot Take, auf den ihr alle gewartet und den ich das ganze Video über angeteasert habe. Ja, aus meiner Sicht ist das Bündnis Sarah Wagenknecht die linke AfD. Bevor ihr aber wütend in die Kommentare basht, lasst mich diese Aussagen Da schreibt gerade einer im Chat, Baerbock steht ja auch auf den Schultern von Madeleine Albright, der wahren Transatlantikerin. Da braucht man keine Fragen mehr stellen, für wen sie Politik macht. Was, den Tweet kannte ich noch nicht. Die genannten Punkte können eigentlich in vier Worten zusammengefasst werden. Wirtschaftspolitisch links, gesellschaftspolitisch rechts. Dass bei den Wählern der AfD gefischt werden soll, ist kein Geheimnis. Wir bringen eine Partei... Ja, und außenpolitisch endlich wieder vernünftig. Also... Ja, dazu wird er gleich noch kommen, dass die Außenpolitik von Wagenknecht auch eine Interessensgeleitete ist, die wieder deutsche Interessen in den Fokus rückt und nicht mehr dem Interesse der USA dient. An den Staat, damit all die Menschen, die auch aus Wut, aus Verzweiflung, aber eben nicht, weil sie rechts sind, jetzt darüber nachdenken, AfD zu wählen oder das auch schon gemacht haben, damit diese Menschen eine seriöse Adresse haben. Ohne uns jetzt zu sehr an Begrifflichkeiten und Definitionen festzubeißen, kann man die Positionierung Sarah Wagenknechts als linkskonservativ zusammenfassen. Diesen Begriff hat sie auch selbst schon verwendet. Am Ende muss ich aber inhaltlich nochmals relativieren. Denn es ist logisch, dass sich zwischen Parteien und Politikern Parallelen zeigen. Außerdem sind Parallelen auch zu fragwürdigen Parteien oder Politikern nicht automatisch falsch oder schlecht. Außerdem ist das finale Programm des Bündnisses Sarah Wagenknecht noch gar nicht da. Deshalb ist ja auch noch viel Spekulation dabei. Trotzdem wird ganz deutlich, dass Wagenknecht anstrebt, eine Lücke im Parteien-Spektrum zu schließen und eine Alternative für die Alternative zu bieten. Eine mit mehr Vernunft und mehr Gerechtigkeit. Verspricht zumindest Sarah Wagenknecht. Sechstens, Fazit. Wagenknecht als die linke AfD zu bezeichnen, ist ebenfalls eine plakative Vereinfachung. Und man mag mir das Clickbait verzeihen. Dennoch bleibe ich dabei, dass die Kritik zur AfD-Nähe nicht von ungefähr kommt. What? Das ist ja nicht schlimm. Also wenn die AfD was Vernünftiges sagt, dann ist es dadurch nicht falsch. No. Viel stärker zeigt sich diese Ähnlichkeit nämlich in Wagenknechts populistischer und manipulativer Rhetorik und ist daher aus meiner Sicht noch viel wichtiger als die vermeintlichen Programminhalte ihrer Partei. Surprise, motherfucker. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich zum zweiten Teil über. Sarah Wagenknechts Rhetorik erklärt. Da können wir uns nämlich... Ähm...